Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Tolle an Ihrer Migrationswelle ist ja, dass sie tatsächlich neue Jobs schafft. Zwar leider nicht für die Migrierten selber, aber für Rechtsanwälte, Polizisten, die Sozialindustrie und eben auch für uns Politiker. Die Kollegen der SPD kommen jetzt mit einem Antrag um die Ecke, den wir in Teilen schon mal hatten. Erinnern Sie sich noch dessen, dass wir beispielsweise eine Regelung wollten, dass die seit zwei Jahren sprunghaft notwendig gewordenen höheren Kosten für die Sicherung von Volksfesten, Karneval, Weihnachtsmärkten und anderen Großveranstaltungen an Frau Merkel, also an den Bund, weitergereicht werden können. Sie haben das natürlich abgelehnt. Nun soll es also ein Veranstaltungsgesetz sein und Sie versuchen das durch die Love Parade zu begründen. Um wohl auch ein bisschen zu kaschieren, woran denn neben schrecklichen Einzelfällen wie eben der Love Parade-Katastrophe es eigentlich liegt, dass wir hier Handlungsbedarf haben. Ehrlich gesagt erscheint es aus heutiger Sicht zweifelhaft auf ein Landesveranstaltungsgesetz, die Verletzten, die Toten und das Leid der Angehörigen verhindert hätte. Aber wir wollen uns dieser Diskussion nicht versperren. Trotzdem stellt sich auch mir wie dem Kollegen Siewecke die Frage, warum Sie nach der Love Parade-Katastrophe die Gelegenheit nicht genutzt haben, in Ihrer Regierungszeit ein solches Veranstaltungsgesetz zu entwickeln und zu verabschieden, wenn Sie es denn für notwendig gehalten haben. Nordrhein-Westfalen hat also bisher kein solches Gesetz, sondern einen unverbindlichen Orientierungsrahmen für Großveranstaltungen. Ich finde, wir sollten den Antrag der SPD durchaus ergebnisoffen im Ausschuss diskutieren, ganz im Gegensatz übrigens zur Ansicht von Herrn Minister Stamm. Denn Herr Minister Stamm hat unter Tagesordnungspunkt 5 empfohlen, einen Antrag noch bevor er überhaupt im Ausschuss behandelt worden ist, abzulehnen. Meine Damen und Herren, respektloser kann ein Mitglied der Exekutive ein Gremium des Parlaments nicht behandeln. Wir sollten also diesen Antrag der SPD ergebnisoffen im Ausschuss diskutieren. Reicht es also womöglich aus, ja ist es sogar angezeigter, diesen Orientierungsrahmen weiterzuentwickeln und in den Kommunen die Nachbesprechungen von Großveranstaltungen zu intensivieren, wie es zum Beispiel eine Projektarbeit von Studenten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Münster herausgefunden haben will? Oder bietet ein solches Gesetz tatsächlich mehr Rechtssicherheit für die Kommunen, wie es sich einige Kommunen versprechen und wie es sich die SPD neuerdings scheinbar auch verspricht? Als AfD sind wir dadurch nicht dogmatisch und wir freuen uns auf die Arbeit im Ausschuss. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.